heute zeige ich euch ein easy projekt eine wendetasche die hat zwei seiten hier nochmal die ansicht so schaut sie dann fertig aus sie hat einen tollen griff weil eben ein vlies eingearbeitet ist und wenn ihr keine lust mehr habt auf das eine motiv dann einfach wenden und die andere seite tragen und ich zeige euch noch eine alternative mit halbmond griff und nicht zum wenden dies einfacher zu nähen ihr braucht einen schönen motivstoff oder einen unistoff baumwoll oder leinen geht und wir brauchen auch noch eine fließeinlage dazu kommen wir noch später erst mal solltet ihr euch mal die grüße überlegen wie groß ihre tasche haben möchtet quadratisch rechte ganz egal nur alle seiten müssen gleich sein vier seiten und auch noch ein fließ schabracken ist geeignet oder hier auch was ich genommen habe das h36 ist halt ein bisschen dicker die schabracken anlage wird meistens bei taschen verwendet ist auch günstiger wie das h630 könnt ihr auch gerne verwenden ich glaube 86 gramm hat es auch und kommt immer darauf an wie dicke das haben möchte ich hatte das jetzt auch noch daheim das h630 dann habe ich das verwendet ich nehme es euch aber auch gerne noch mal in die beschreibung mit rein da könnt ihr nachschauen jetzt nimmt euch einmal ein stück hier und faltet es zur mitte und dann markieren wir uns jetzt genau den mittleren part jetzt bitte sieben zentimeter einmessen ich habe ich nur fünf genommen aber ihr tut euch einfacher wenn ihr sieben nimmt also sechs bis sieben auf jeden fall schneidet euch dann auch ein kleines viereck aus vier mal 13 war das jetzt bei mir wenn ihr das für jemanden macht der recht breite hände hat könnt ihr auch 14 zentimeter nehmen einfach mit einem kohle hier auftragen das sieht man später nicht mehr dann wird es auf die schöne seite gewendet und jetzt kommt euer stoff darauf achten dass du wirklich oben liegt dass euer tasche dann auf dem kopf steht ich baut es auch nur auf einer seite an markieren und wichtig bei den taschen ganz akkurat arbeiten ihr solltet alles gut zusammenstecken dass ihr keine falten habt wir können am schluss immer noch ein bisschen ausbügeln dann zeige ich euch noch ein paar tricks aber bei dieser wendetasche ist es wirklich wichtig dass alle seiten wirklich aufeinander liegen dass es schön wird stichländer auf 1 das muss sehr sehr fein abgesteppt werden schönen seiten sind hier innen und jetzt sehen wir hier entlang natürlich vorne und hinten verriegeln und dann treffen wir uns wieder an der nähmaschine also wie gesagt auf 1 das ist sehr untypisch aber bei dem brauchen wir das wenn ihr in der ecke angekommen seid füßchen hochklappen oben drin und seht ihr rechts das habe ich bisschen zu eingerollt dann ist der stoff da ein bisschen einfacher zu bewegen wenn ich hier um die ecke muss wenn ihr es fertig gemacht habt es ist wirklich ganz ganz fein abgesteppt versucht wirklich auf der linie zu nähen und grad zu nähen dann nehme ich immer gerne hier eine nagelschere schneide hier ein ihr müsst durch beide stoffe jetzt durch kommen also nicht nur durch eins sondern durch beide und jetzt wird ein gerader strich geschnitten ein zentimeter hört ihr vorher auf oder so 0,7 zentimeter und dann schneidet ihr in die ecken aber bitte nicht in die naht solltet in die naht einstechen oder schneiden dann müsst ihr nochmal abnähen so dann greift ihr einmal durch das sieht kompliziert irgendwie aus aber habt ihr es einmal gemacht habt ihr das total gut drin einfach mit der hand einmal durchs loch durchgreifen und dann schnappt ihr euch den schönen stoff hallo hand zieht das durch und wie durch zauber hand habe ich hier schon ein schönes griff loch und jetzt ist natürlich das a und o das bügel wenn links und rechts euch jetzt ein paar fältchen noch sind dann bekommt ihr die entweder durchs bügeln weg oder auch beim nähen da kann man auch noch ein bisschen mehr so ziehen und glatt streichen wirklich glatt machen hier ich zeige es euch mal mit den finger so auch wenn ihr eine nähmaschine seid dass ihr wirklich euch hier keine falten einbügelt ist auch ganz wichtig wenn ihr euch für diesen mond entscheidet ist nämlich ein bisschen schwieriger und beim ersten mal habt ihr immer ein bisschen schönheitsfehler aber mein gott das ist eure eigene tasche und die wird nicht verkauft jetzt dürfen wir das ganz sanft absteppen das könnt ihr sehr knappkantig machen oder ein bisschen rand lassen nicht das rausschneiden nicht dass ihr euch denkt ach ich schneide jetzt das loch irgendwie einfach raus lasst es bitte drin das wird nämlich nach links umgeklappt und gibt dem griff noch mal stabilität ist nicht dass ihr euch den gehochtern loch kann ich einfach rausschneiden nein nein drin lassen das fließt da ich hier oben nur fünf zentimeter gelassen habt ihr lasst ja gleich sechs bis sieben zentimeter bügel ich einfach dann noch mal ein fließ hinterher jetzt geht es darum wirklich auch das viereck auf die nächste seite zu übertragen ihr müsst es natürlich zweifach machen und der griff sollte euch natürlich schön auf der anderen seite liegen dann nehme ich das einfach her und macht es viel übertrag dass wir mit 4 x 13 auch dann bin ich da auf der sicheren seite dass beide auch gleich sind und macht die ganze prozedur noch einmal das macht spaß weil man hat ein schönes ergebnis und sieht schon schön die taschen aber hier seitlich ist ja noch offen da müssen wir uns jetzt was überlegen wie wir das einnehmen jetzt nimmt euch mal so ein helfer lineal und misst auf jeder seite optimal ist drei zentimeter könnt aber auch zwei zentimeter nehmen ich empfehle ich drei zentimeter dann auf jeder seite einen strich machen auf den drei seiten oben habe ich nur 0,5 zentimeter genommen weil ich eben zu wenig hatte da bisschen mehr einplanen dann einmal nur um bügeln das lang wirklich einmal die eine seite die andere seite ist jetzt gerade nach oben geklappt und jetzt müssen die beiden seiten aufeinander liegen ich werde immer eine seite bügeln oder hochklappen und die andere nehme ich mir dann auch und klappe sie so nach innen rein ein willkommener gast ist hier die wäscheklammer einfach noch mal dieses griffloch zusammenstecken dass ihr hier auch gleich seit und dann klappe ich jeweils das auch nach innen es müssen halt alle vier teile gleich sein und das ist ein bisschen so eine geduld sache das schafft ihr einfach am abend ein bisschen abstecken ich habe das jetzt am abend gemacht beide seiten wie gesagt sollen gleich sein aber wenn ihr das macht mit diesem genial dann bügelt ihr das ein dann habt ihr hier auch eine gerade linie das nähen wir oben einmal ab ihr könntet auch gleich alle vier seiten den ich habe jetzt erst einmal oben genäht dass ihr auch sehen können dass das wirklich schön wird auch ein bisschen knappkantig bitte nähen weil ihr schlagt ja auch nicht so viel ein nicht dass euch da was aufgeht den rest nehmen wir jetzt auch noch einmal hier fest weiß mal euch eine seite länger ist dann krempelt die einfach bisschen mehr nach innen ein es sollte nämlich schon beide seiten gleich groß sein das wirklich nichts rechts raus schaut und dass sie eine wunderschöne tasche bekommen das werdet ihr erst sicherlich hinbekommen jetzt legt euch einfach eure zwei stoffstücke zueinander auf einer seite wird meine naht ziehen das ist bei mir dieser vintage stoff diese naht sieht eigentlich total schön aus es muss halt sein dass eine naht kommt das heißt ich werde jetzt hier schauen dass wirklich alle ecken ganz genau aufeinander legen und hier vernähen dann einmal runter nähen einmal rüber nähen und einmal hochnähen wieder verriegelt und dann bin ich fertig meine Tasche oben bleibt natürlich offen ist ja klar eigentlich ganz easy wenn ihr gut absteckt ist eure tasche fertig meine tasche ist fertig ich habe sie verschenkt und sie ist super toll angekommen mit einem tollen griff muss nicht immer hängel sein die hängel die immer abrutschen ist mal was anderes und wie gesagt wenn man keine lust hat einfach wenden und dann habt ihr eine coole zweite tasche falls es euch zu aufwendig ist dass beide wirklich gleich sind habe ich hier noch mal ein easy projekt das einfacher ist ich habe jetzt mir hier einfach zwei stoff stücke noch mal ausgesucht ich wollte ein bisschen was extravagantes haben zwei stoffe zu kombinieren auch mit meiner schönen spitze schaut mal ohne spitze schaut mal mit spitze natürlich mit spitze viel viel schöner und das nähe ich einfach schnell an wenn ihr eure tasche zwei feier bekommen wollt einfach rechts auf rechts legen also die schönen seiten schauen sich dann an ich glaube das einmal hoch und dann hier einmal ab wieder vorne und hinten verriegeln natürlich nicht vergessen hier ist es ganz gut wenn ihr einmal schnell drüber bügelt dass euch das wirklich schön gerade ist ich nehme jetzt hier meine klebeband zu hilfe schneide mir einfach drei stückchen ab und bringe da schon mal meine spitze an und hier werde ich einfach mit einem geradstich noch mal diese spitze befestigen falls ihr euch gewundert habt wie ich diesen halbmond hingekriegt habe da wird wieder meine mühsli schale verwendet einfach mal paar tests machen vom griff her wie ihr das möchtet ich habe auch einfach mal drei stück einfach so aus guter laune heraus hier aufgezeichnet dann hingehalten was passt denn besser wie viel brauche ich denn und ich habe mir jetzt hier für fünf zentimeter und in der länge für 13 zentimeter entschieden eine nahtzugabe klappe ich jetzt einmal um dass ich ungefähr sehen kann wie weit der griff ist dann werde ich das umstülpen und hier eine linie ziehen dass ich ungefähr weiß wie ich das haben möchte dann nehme ich mir nur mal mein genial nichts noch mal an dass ich wirklich einen sehr geraden stich habe und übertragen dann diesen halbmond auf die linke seite wieder die mitte nehmen das gleiche wie beim letzten mal und aufzeichnen ist er genauso wieder widerfahren wie beim ersten mal wie es euch gezeigt habe das will ich nicht in die länge ziehen der oben der rand der wird natürlich wieder wie beim ersten mal wenn ihr das gemacht habt eingenäht das ist aber auch die einzige seite die ihr einschlagt das muss auch so sein und eine easy methode ist dass ihr euch mit dem trickmarker einfach die linien anzeichnet und die werden wir jetzt abnähen da ist es auch nicht so wichtig dass beide seiten gleich sind oben haben natürlich schön eingeschlagen und genäht und auch diesen halbnamen abgesteppt wie euch das beim ersten mal gezeigt habe und diese wäscheklammern die sind auch ganz gute helferlein wenn ihr das dann abnäht bei mir war es war es jetzt auch gleich dann einfach noch mal mit einem zickzack sticht noch mal die außen kanten versäubern dass euch hier nichts aufgeht oder mit der overlook und falls hier was euch nicht gerade ist dann könnt ihr es einfach zuschneiden und muss nicht aufpassen das ist halt bei der wendetasche nicht so bei dieser tasche ist es kein thema also falls euch das dann irgendwie zu blöd wird dass die linke und rechte seite irgendwie zu groß ist dann macht doch einfach eine einfache tasche draus und habt ihr halt nichts zum wenden also für die akkuraten von euch eine wendetasche optimal und wenn nicht wird dann so eine tasche ich habe mich gefreut dass ihr wieder zugeschaut habt und hoffe ich habe alles gut erklärt falls ihr fragen habt bitte in die kommentare einfach schreiben und dann lösen wir das problemchen viel spaß beim nachnähen